Shit, man! Mega gut! Ja, Leute, wie wär's, wenn ihr mal erstmal wartet, bevor ihr da in den Kampf reinkümmelt? Ich möchte auch da noch was machen. So. Hilfe. Hilfe. Jemand hat nach Hilfe gerufen. Papa ist da. Ich krieg... Ich kassier irgendwie grad was. So. Genau, wir müssen jetzt Chroma töten, richtig? Der kleinen Typ hier und dann... Oh ja, oh ja, oh ja. So, und jetzt verstecken spielen. Das könnte sonst ziemlich haarig werden. Genau. Licht blitzen. Da kann ich, glaub ich, nicht ran. Genau, das ist scheiße. Der Breakdance da ein bisschen rum und da müssen wir uns nach vorne begehen, während der da hinten rumtanzt. Genau, tanzt da ein bisschen noch weiter rum. Wir kümmern uns erstmal um ihn. Das hält immer noch auf. Auf geht's. Kurama, nein! Ich räche euch! Da kommt noch einer? Tatsache. Ach, Mister, ich bin uneinig mit meinem Kumpel. Ja, ein bisschen zu spät für Racheaktion, ne? Dein Typ ist tot, du bist auch tot. So viel zum Thema, ich räche dich. Hast deinem Kumpel kein Gefallen getan. Ja, der ist auch down. Das war jetzt nichts schwieriges. Okay. Wenn ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe. Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Und ab da kann man eigentlich nur warten. Und auf geht's. Sogar mit Sprint und allem drum und dran. Sehr schön. Das war's für dich, Klumpel. Dafür, dass du Sohn des Grols bist, hast du nicht viel drauf. Dein, dein, dein Vater wäre enttäuscht. Auf Wiedersehen. Kein Drop. Ja. Ich hab eine Sache bekommen. Ich glaub, das ist das Einzige, worüber ich mich hier freuen kann. Mehr, mehr gibt es auch nicht. Also wenn, bei mir ist schon wirklich Highlight, wenn ich eine Sache bekomme. Dann ist für mich der Tag gerettet. Das ist, das, das ist schon sehr traurig, aber, naja. Ach, was willst du großartig denn machen? Kann man nichts machen. Gut, ich frag mich jetzt, ob ich da was verkaufen kann oder nicht oder doch. Also sprich, ob wir jetzt hier nach Talador können. Das wird mich jetzt super mega interessieren. Geht das, geht das nicht? Geht das, geht das nicht? Oder geht's doch oder auch nicht? So, wir haben ein paar neue Missionen. Das brauche ich nicht. Ich könnte, ja, hier. Hm. Sie braucht Missionen schicken. Ich brauche, ja, komm. Hier so, hier so. Ja, die sind alle ein bisschen zu schwach dafür, ne? Dann schicken wir euch lieber auf so eine Mission. Perfekt. So, äh, gucken wir mal, ob das geht. Müsste eigentlich gehen. Bin mir nicht ganz sicher. Das war die 500. Nehmen die sich über den ganzen Monat. Genau, das war Kampftierhaus. Äh, Kurda Teufelsang. Wo ist denn unsere... Bitte, bitte, bitte nach Talador. Talador? Talador? Ich nur Allah. Ah, das war das, was es bei der Allianz so gab. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, ne. Ich bin mit diesem Gebiet durch. Ich hoffe, ich kann jetzt eigentlich nur dahin, wo ich hin will. Und zwar nach Talador. Was ist denn? Ja, ne. Obwohl, dafür kriege ich Erfahrungsgüter, ne? Vorwärts zum Sieger. Scheiße, hätte ich bloß die Kacke nicht weggeroffen. Fuck. War echt dumm. Ja, okay, ich kann's abbrechen. Ich weiß fürs nächste Mal Bescheid. Auf der Anzeige steht nix. Das finde ich kacke. Sehr, sehr kacke. Bedeutet für mich eigentlich, ich muss wieder nach Talador zurück. Ja, ja, ja. Kommando Tafel. Ah, doch. Huh. Huh. Ah, das geht doch. Das geht doch. Oh, ich... Ich hatte für einen Moment kurz wirklich her. Stopp, weil ich dachte, ich muss jetzt wieder zurück. So, das mach ich nicht. Das ist hier so eine Quest, äh, wie bei... Dingens. Wär zwar interessant zu wissen, was da so ist. Mach ich? Mach ich's nicht? Ah, scheiße. Nee, scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir müssen nach vorne sehen, nicht nach hinten. Oder vielleicht doch? Nee, 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 nee. Das, das ist es nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Scheiß drauf. Dann fliegen wir jetzt erstmal schnell nach Talador rüber. Und ich glaub, hier mach ich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich dort drüben. So, frisch in Talador angekommen. Ich würd mal sagen, hier machen wir ein paar kleine... Die Anfangsquests und dann... Angesehen. Er fällt bald auseinander. Lasst mich frei. Und ich zeige euch, wie man einen Käfig baut, der einen tobenden Grollhuf einsperren kann. Okay. Äh, ich würd sagen, wir machen hier einfach noch mindestens... Äh... Was ist das denn? Wandernder Verteidiger? Ach, das ist schon ein Rahmob. Cool. 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Das machen wir noch. Ich würd sagen, dann machen wir hier ein paar Anfangsquests und dann... Äh, reicht das auch schon. So, mein Freund. Ich weiß ja, dass du was drauf hast. Das ist mir nicht in Gang. Äh, sozusagen, bis wir hier unsere Basis ein bisschen ausgebaut haben und dann reicht das auch schon. Dann haben wir so ziemlich alles gemacht, was wir machen müssen. Und können die Aufnahme für heute beenden. So, genau das wollte ich nicht. Genau, ins Licht weghauen. So. Genau, und jetzt darf ich mir sein Schwert nehmen. Wo immer das auch liegt. Genau, hier ist es. Sieht zwar aus wie Keldala und es wäre cool, wenn das auch so wäre, aber nope. Es ist nur ein lächerlicher, kleiner Einhänder. Der zwar besser ist als meiner, aber... Tja. Oh, 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 Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Da hab ich noch was gesehen. Da hab ich ja noch was gesehen. Haha, das geht mein Auge nicht. Ich wusste hier, dass er auch da war, aber ich dachte, er wäre ein bisschen weiter hinten und nicht so weit vorne. So. Das lädt immer noch auf. Hier ist auch niemand Großartiges. Ich könnte mich mit ihm anlegen. Ja, komm mal her. Klären wir das hier wie... Ja, weiß nicht. Klären wir es einfach. Oh, scheiße. Der ist ja doch ziemlich... Boah, nein, 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 nein. Fuck my life. Ich glaub, ich glaub, ich hab mich hier in einen Kampf eingemischt, in den ich nicht, glaub ich, gewinnen kann. Scheiße. Jetzt wär mein kritischer Heiler gar nicht mal so schlecht. Ja, okay, Hand auflegen. Scheiß drauf. Ich mach eh bald den. Ich mach bei Ende eh heute den Part. Ich brauch den nicht so dringend. Stirb doch fucking shit. Vor allen Dingen, was ist mit dir denn los? Was hast du für ein Problem mit mir, hä? Bist du sein... Bist du... Bist du der Haushalter von diesem Viech? Ja, dann gehst du gleich mit ihm drauf. Du kleiner Wichser. Und tschüss. Äh, Beweglichkeit, toll. Da hab ich mein Leben da... Oh, da hab ich für mein Leben gekämpft. Nur für so ein Bullshit, na klasse. Äh, eklig. Ich weiß zwar, wo ich noch was kriege, aber dafür muss ich weiter ins Gebiet rein. Das heißt, warte mal, wo war das denn? Hä, wo war das denn? Scheißendreck, wo war das denn? Ich erinnere mich nicht mehr. Fuck! Wo war das denn? Ich glaub, das war hier vorne irgendwo. Irgendwo, wo es brennt. Ich glaub, das war weiter vorne. Äh, scheiße, scheiß drauf. Das finden wir dann später raus. Das war nämlich ein Zweihände, deswegen... Äh, muss ich's wissen. Weil die ist viel stärker als die, die ich jetzt habe. So. Zack. Eben schnell. Ja? Wieso kann ich... Okay, dann nicht. Raus damit. Schön zu wissen, dass ich auch gar nicht... Warte mal, was kann ich hier nehmen? Ah ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, 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 ah. Ja, Artillerieschlag ist für mich viel besser. Den habe ich auch bei der Allianz immer benutzt. Den finde ich auch ziemlich besser. Vor allen Dingen, weil er auch drei Aufladungen hat. Das, glaubt mir, das ist... Was braucht ihr? Das ist, äh, nützlich. So, kann ich jetzt... Hallo. Ach, das... Der Flugpunkt ist schon freigeschaltet. Ja, gut. Hey, schritt mal alle die Ohren. Wir haben ein neues Gebäude fertiggestellt. Glatzkopf. Hey. Wir haben mal in Gang, und zwar pronto, okay? An die Arbeit. Ab hier braucht ihr mich nicht mehr. Ihr habt schließlich die Hosen an. Ja. Da hast du es erraten, Glatzkopf. Arbeitstrupps bereit. So, was kann ich für dich tun? Ach, Freiheit. Ihr werdet das nicht bereuen. Ich werde euch die beste Ausrüstung in ganz Draenor herstellen. Mal sehen, was für Materialien ihr hier habt. Ja, lauf mal los und schau mal nach, ne? Ich bin, ich bin kein Fachmann. Ich hab hier keinen, ich hab hier nicht den Beruf. Hab keinen Beruf, sorry. Weiß nicht, wie es geht. Zeig mir, wie es geht, Bro. Thrallhall. So, ja, ja. Genau, ja, genau. Was braucht ihr? Sammelt zwölf Brocken. Ja, komm, das kriegen wir hin. Arbeitstrupps bereit. Grüße, Kommandant. Ja, das mach ich dir auch noch. Das mach ich dir auch noch klar. Alles gut. Ah, scheiße. Artillerieschrank schalte ich erst frei, wenn ich das Dings gemacht habe. Ja, okay, dann machen wir noch mindestens das. So lange, bis wir unsere Garnisionsfähigkeit beherrschen. Und dann würde ich sagen, reicht das auch. Dann haben wir das erledigt, was wir erledigen sollten. Natürlich. Frog, Alter. Craft freut sich natürlich darüber. Save the frogs, aber nicht in diesem Fall, mein Freundchen. Wer mich angreift, der braucht nicht gerettet werden. Das wird mir der Craft schon verzeihen. Okay, so. Ich brauch hier ein paar Sporen. Ich glaub, die müssen tot dafür sein, dann funktioniert das. Nein. Funktioniert auch nicht. Hm. Ha. Sehr interessant. Gegen einen toten Splitterrücken oder Verschlinger der Glühstuhl. Ach, das ist in weiter drinnen und nicht hier so. Ja, gut, dann können wir das auch so machen. Sind das unsere Sklaven, die tot sind? Ja, das ist, äh, ziemlich erbärmlich. Da will ich nicht lügen. Das war ziemlich, äh, erbärmlich. Ach, hier. Jo, wie erz. Zwei Stück. Ich weiß, dass hier irgendwo auch ein... ...Ramob ist. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Die sind immer da. Die sind immer da. Ach, hier. Unser guter alter Splitterrücken kann ich... Ah ja, du musst tot sein. Gut. Nichts, was sich nicht einrichten lässt. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Danke. Lass mich ran. Du hast schon das Elite-Mob getötet, ne, du kleiner Assi? Ist mir egal, dann gehe ich nach oben hin und warte, bis der neue spawnt. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Gut. Gut, 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 gut. Perfekt. Ja, super. Er hat mir die ordentlich Arbeit abgenommen. Da muss ich mich nicht so... Ah. Nicht so durchquälen. Irgendwo ist da... Da... Da ist was. Ich weiß es. Hier war was. Das ist schon zu auffällig, wie das hier schon so ausgebaut ist. Na, da wird doch wohl was sein. Natürlich. Außer Gegner. So. Was haben wir denn nun jetzt hier? Ich weiß, auch unterm Wasser war was. Da unter Wasser musste man ganz weit nach unten tauchen. Da war eine Schatztruhe. Ich weiß aber nicht, ob das nur Garnisionsressourcen gegeben hat oder irgendwas anderes. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Das finden wir gleich heraus. Aber ich weiß, dass da unter Wasser auch noch was war. Gut. Gut. Da. Ja, ja, ja. So vorbeischleichen. Abchecken. Ah, ja. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Da war einfach nur so eine Spore, die man einsammeln kann. Ich glaube aber, das war nicht für uns gedacht. Das ist entweder für einen Schurken, also für Beweglichkeit oder Intelligenz. Ja. Ja, ja. Genau. Genau. Ist ja nicht schlimm. Dafür kriegt man ja trotzdem Erfahrungspunkte, soweit ich weiß. So, und ins Wasser war da auch noch etwas. Kann ich hier irgendwie runterspringen, um mir den Weg zu erleichtern? Gut, kann ich. Man muss, glaube ich, sehr, sehr weit aber tauchen. Mal sehen, ob es sich lohnt. Bin mir nicht ganz sicher. Na? Ich hol mir erstmal die Spore da und dann kann man sich nochmal darüber... What the fuck, was ist der? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ja, ist ja egal. Dann kann ich mir eben kurz deine Sporen holen und dann weiter nach unten tauchen. Irgendwas ist hier, ich weiß es. Auf dem Meeresgrund, ganz unten. Ihr werdet mir dafür dankbar sein, das sieht man. Das müsste auch man bald gesehen haben. Zur Sicherheit bleibe ich aber put. Irgendwas da unten war da. War das hier oder weiter nach da? Ich weiß es gerade nicht.